Gold. Oh. Zeug. Oh. Nett. Ähm. Ja, wir teilen uns mal auf, wa? Oh, kacke, Mann. Nein, Waller! Au, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ich komm von andern Seite. Oh, Illusionist. Kacke. Ich komm von andern Seite. Ich komm auch, dass man nicht so viele Freunde macht. Hier fliegen Körperteile. Ich seh mich nicht mehr. Einfach klicken. Einfach klicken. Ja, ich drück immer nur auf 1 und 2 und drück dabei vielleicht mal die linke Maustaste zwischendurch. Au. Ah, fall doch mal hin, du Drecksack. Hier, stirb. Der ist ja echt mal eklig geplatzt. Danke übrigens für diesen schönen... was immer es war. Hab ich nicht irgendwas Goldenes gefunden gerade? Warum? Wieder nicht? Hm. Du bist voll blind. Merkst du was? Bin ich gar nicht. Ach, du bist schon wieder weg. Deswegen ziehst du dich also auch immer so pink an, ah? Ich mag pink einfach. Ich hab mir überlegt mal... Oh, hier ist so ein Goldmacker. So ein Gnom. Ich weiß nicht, ob ich den alleine kaputt krieg so schnell. Ah, ich werde dich mal wütend und dann klappt das schon. Ich muss grad sagen, sei doch einfach ein bisschen wütend. Ah, ich muss erstmal in den Mobs, die drumherum stehen. Zu klein oder zu arbeiten. Ha, die fliegen hier, da ist halt... da vorn. Einer ist liegen geblieben, der Rest ist für Quadratkilometer verstreut. Ehrlich. So was ist Zombie-Schnitzeljagd. Oh, guck mal hier, was ist das denn? Da fällt ich mal durch. Au. 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 Man bräuchte irgendwie in der Tastenbelegung noch, dass man sich direkt zu dem Mitspieler porten könnte. Das wäre ziemlich fett. Und jetzt mach ich den Gnom fertig. Au. 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 Überfall. Stehen bleiben, Polizei. Bleib stehen hier jetzt, du Drecksack. Ah, ich krieg den nicht kaputt. Ja, komm. Ja, in Rückenrammen. Äh, also ich, da wo ich bin, geht weiter. Ja, super, der Gnom rennt weg. Ah, Drecksack. Stirb schon. Nein! Nein, der haut ab! Er hat einfach zwei Portale geöffnet und war weg. Mach mich zornig! So. Schöne Gold. Schöne Loot. Ah, ich komm mal zu dir. Ja, ich gehe erstmal in die Terpfütze rein, stelle mich mit zu den Knien rein und fange an Abaddon anzubeten, der ich ja selber bin. Klug, Stefan. Klug. Oh. Hehehe. Oh. Oh. Kohle hat nichts in seiner Tasche gelassen. Aber der Kane lässt auch über seinen Dreck umliegen. Oh, hier hast du den nächsten Schatz, Dödel. Oh, da kommt noch was anderes, wie ich sehe. Ja, ich sehe das. Oh, und der hat Laser. Oh, und der hat ganz böse andere Dinge. Jetzt bin ich mal durch die Gegend geflogen. Alter, ich flieg immer noch! Schönes Ding, ich komm nochmal. Das war, äh, wahrscheinlich raus. Mach mich wütend. Brenn. Hure, brenn. Pöp. Greatsword, ein Goldenes liegt bei mir da rum. Dir ist das auch völlig egal, ob davon getroffen wirst, oder? Ne, mein Leben geht sofort wieder hoch. Du musst ja eben identifizieren. Ach, Zweihandschwert. Super. Ja, lass mich in Ruhe, du kleiner... Dieser... Bastard. Danke. Ja, ich hab halt... Es drauf angelegt, möglichst viele tolle Sachen zu finden. Erst mal für meine Zweihandbiss gelungen, mal super, das Ding. Das ist gar nicht mal so... Ja, du kannst eigentlich weg damit. Ui, Gold. Oh. Du wirst eine Schneise von Gegenständen liegen. Mach nix. Ja, du kannst ja sowieso nicht aufsachen. Ich krieg euch alle! Immun? Ich scheiß auf eure Immunitäten, Jungs. Siehste? Wird völlig egal. Nein! Fuck Schild. Du gehst mir auf den Sack. Oh, so. Hm. 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 Ich hab mir egal. Ich werd das mal wut. Hm. 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 Oh. Schuhe. Oh. Bleib aber stehen. Heb Schuhe für dich. Pussi. Pussi. Oh. Oh. Sogossen. Ich kann nicht mal wütend werden. Ja. Ja. Ha. 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 Was? Wer rülpst hier? Find ich eklig. Was machen wir hier überhaupt? Ach, wir wollen Kulle suchen. Kulle suchen. Teile von ihm. Ich schick hier mal auf den Tasten rum, wie ich es immer mache. Oh. Was machst du denn? Brennt alles. Sieht doch nicht aus. Oh, das ist mein hübsches Licht. Stimmungsvoll. Schmeichelt meiner Figur. Weißt du? Egal. Ist mein Fünfer. Ha. Lösung für alle. Oh. Ein Ring. Ein Sockel. Super, Ingo. Oh, die Eiersäcke zu kloppen hier. Oh, guck an. Ganze Gruppe von Deppen. Ha. Stiege in Harness. Hm. Hm. Wunderbar. Wuh, wuh. Und um mich herum fliegen Leichenteile. Du-du-du-du-du-du-du-du. Er hat es doch mal da abländern müssen. Oh. Blablabla so auf so Betrayl. Müssen wir hier überhaupt hin? Ja. Ja, tatsächlich. Oh, was ist hier? Es passieren Dinge mit eklavten Sekten. Stuff. Ich hab uns im gelben gefunden. Und er feuert seinen Laser ab. Oh, kacke. Da konnte ich mich nicht mehr gegen heilen. Das waren zu viele. Ja, ähm. Dich auch? Ja, und das waren so sechs... Das waren auf einmal sechs. Ja, sechs oder sieben Stück. Ja, sechs oder sieben Stück. Ich dachte auch noch so. Das machen wir nochmal. Oh, ich war grad nackt. Ja, ich auch. Das finde ich unglaublich. Und das macht mich auch ziemlich... Oh Gott! Ah! Genau! Geh mal hier hinten hin. Da ist nicht so viel los. Oh, scheiße. Da kommt die nächste Meute. Hilfe! Äh! Man läuft auch immer in die falsche Richtung. Ja, es gibt keine andere. Egal, ich hab hier Spinn-Alarm. Es ist völlig super. Die legen sich alle zum Schlafen hin. Gelbes... Gelbes Ding. Geil! Ich hab Machete gefunden. Machete, Machete, Machete. Ja, das hast du fein gemacht. Ja, ne? Nachdem er uns so ganz, ganz kalt erwischt hat. Oh. Ja, das hat mich wütend gemacht. 70. 70 Schaden ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Oh, ich will 80 Schaden mehr machen. Oh, ich will ach 80 Schaden mehr machen. Wo ich stehe? Liegt ein Schwert und ich möchte das einmal sehen, wie du das in der Hand hält. Ja, Sekunde. Ich muss mal eben gucken, dass ich hier... 711... 712... Aber ich kann da noch nen Sockel rein tooten. Dann toot ich da mal gleich nen Sockel rein. Ja, 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 ja. Ähm, ja, was, wo? Komm mal zu mir. Ja, ich bin dabei. Ich muss auch immer in die Stadt. Ich muss auch mal... Oh. Ah. Why? Das macht mich wütend, wenn ihr mich nervt, wenn ich gerade unterhalten will. Komm, Schnauze. Oh nein. Was tue ich hier eigentlich? Ich muss mich in Ruhe. So, was? Da ist wieder Neuer. Ja, liegt ein Schwert. Trag das mal bitte. Kann ich nicht. Du musst es auf Sammeln dann abschmeißen. Ah. Okay. Oh. Voll prima. Ähm. 764... Ich mach sogar mehr Schaden damit. Hahaha. Aber ich... Ja, ich hab das Ding auf was sie in der Hand hat noch nicht gesockeliert. Es ist die Frage, mach ich da noch mehr Leben pro Sekunde rein? Dass ich den pro Treffer noch mehr Leben absauge? Hm. Oh, Eiersäcke. Äh... Das wäre fast ein Plan, ne? Ja. Statt der Stärke. Also statt dem beruhten Scheiß. Ich mach mal so. Oh, Aum. Ich muss pupsen. Ganz dringend. Pfff. So. Gott. Das hab ich nie gesagt. Nein, niemals. Das ist echt eklig sowas. Ja, das mach ich glaub ich. Dann sterb ich nicht so schnell. Oh, ich seh die schon alle flamen. Den Mist den ich hier mach. Ah, es wird großartig. Ähm. Dann lagere ich den ganzen Mumpitz gleich mal wieder ein. Findet auch nur Dreck. So. Ähm. Ja. Hm. Dexterity of Vitality ist natürlich auch... Oh. Hör dich gleich einfach zu mir. Oi. Ich muss doch nur Zeug vertickeln. Damit ich kaufen kann schöne Kleider für dich. Oh. Ja. Gut, ne? Oh. No offense. Ja, ja. No offense ich selbst, du Drecksack. Wenn ich mich verrecke, nimm ich meine Kleidung mit. Jesus. Ach der ist auch da. Ich komm. Nö, nö. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Ah, unterwürftig Abaddon. Sie brennen gerade. Super. Das wollte ich hören. Wo bist du denn? Da bist du. Ah. Oh. Hier liegt Gold. Ganz viel. Ja. Das waren drei blaue Sperme. Ich muss auch meine Lebenspunkte jetzt angucken, wie die sich generieren. Da bin ich mal gespannt. Ich gehe mal alleine weiter. Sag nix. Sag nix. Sag nix. Oh, Kiste. Kiste, 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 Kiste. Mit nichts drin. Ach doch. Mit Dreck drin. Das ist noch mal was Neues. Du wolltest hier übrigens langlaufen, ne? Wollte ich noch mal kurz gesagt haben. Ah, du kriegst uns. Ach klar. Erst verrecken und dann so n Dreck. Musst ja immer ne Lebensmutter aufladen. Ja, das geht richtig gut. Ja, ich mach jetzt pro Treffer 101. Das finde ich, äh... Sackgasse. Sind wir dran vorbeigelaufen? Ach nee, da irgendwo du hättest weiterlaufen können, hättest du ja links weiter können. Psst. Vogel. Ich konnte nicht. War mit Verrecken beschäftigt. Oh, ich hab heute... Lass das jetzt! Auf Gesichtsbuch, ne? So ne... Du musst den Link gesehen. Leider geil sagen, ist das akustische Ed Hardy T-Shirt. Was? Ja, Kategorie, wer kein Stil hat, kann immer noch Ed Hardy tragen. Ach so. Ist das jetzt eigentlich gerade Negative Product Placement? Weiß nicht, ich kenn Ed Hardy nicht. Ist das wieder totale Umbildung meinerseits, ich weiß, aber... Völlig, völlig in Ordnung. Damit bezeugst du, dass du Stil hast. Oh, ich bin Level 41, ich muss mal kurz abkacken. Battle Rage. Ja, hab ich grad schon gesehen, so n Bund und so, ne? Mach doch mal lieber... War Cry hat was Neues. Oh. Oh. Äh, ich muss von meinem War Cry mal runter. Und noch... Ja, und dann mach ich mal so. Hervorragend. Furious Rage. Ne, Revenge kann was Neues. Das ist ja toll. Ne. Knockback will ich nicht, ich will den ja auf die Fresse hauen. Jetzt hab ich ne Lebensregeneration von... Trill. 100. So, 100. Oh, was? Warte, ich muss nochmal eben den Schrei auslösen. Ich hatte da grad ne Tausend Schienen, glaub ich nicht. Achso, ich hab den ja gleichzeitig noch auf die Fresse gehauen. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ich steh völlig durch. Genau. Oh, völlig sauer werden hier. Jo, guck dir das an. Ich fülle mein Leben auf. Kiki. Ich guck hier mal so. Oh. Das war vielleicht ein Fehler. Doch nicht. Na. Hm. 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 Das ist super. Das ist das neue Dings da, was ich gefunden hab, ist klasse. Hm. Meine Burger King Bekanntschaft ist gerade online gekommen. Ja. Das klingt verdächtig. Komm hier. Warte, ich muss nochmal ganz kurz schreiben hier. Da soll sich Abaddon unterwerfen. Ha ha ha. Ha ha. Hui. Dreh dich im Kreis. Hippie. 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 Ah, okay. Ich wäsche auf. Jetzt bin ich nicht mehr wütend. Mir ist schlecht, weil ich mich zu oft im Kreis gedreht hab. Hm. Wenn ich scheiß. Aua. Ja. Hab ich gar nicht. Hahaha. Aber es hat jetzt... Das kannst du jetzt behaupten. Aber jeder wird es sehen. Haha. Siehst du? Das ist der Beweis. Er hat gefliegt. Das ist der Beweis. Was für ein verdammter Beweis. Der hat in Anwesenheit einer Lady gepupst. Kann er ja nicht mehr. Ah, das mach ich dauernd. Damit die mich in Ruhe lassen. Misspacken. Ich bin so wütend. Ah, oh! Da fliegt ja jemand durchs Bild, alter. Ich war so wütend. Entschuldigung. Ich will gleich verstehen. Und kack hier. Was ist denn mit den Leuten los? Die sollen sterben. Also das nochmal tun, was sie eh gut können. Search for the Archive of... In the Citadel. Hier bitte den Namen meines x-beliebigen Verlieses einfügen. Ah, das macht mich wütend. Ach Gott. Ja, apropos. Ja, geh mir nicht auf den Sack. Ja, folgt der anderen da. Hier, lauf mal. Genau, quassel die Olle zu. Welches Level ist denn der überhaupt? Wer? Der Filmstar. Der neue. Achso. Wieso? Wir reden ja nur über ihn. Kann ja keiner mitlesen. Oh. Das macht mich übrigens gerade sau wütend, dass man Getränk alle isst. Ja, aber spring jetzt nicht durch deine Wohnung. Nicht, dass du deinen Kühlschrankzermalm sagst. Nee, der steht zum Glück unter der Anrichte. Du rennst durch die Wohnung. Bah, ich bin so wütend. Bah, ich bin so wütend. Träte irgendwo gegen und breche mit dem Fuß. Schon klar. Stefan-Style. Oh, ich hab gerade Bilder. Failing at drinking. Let's fail at saufen. Apropos, ich glaub ich hab noch was in meiner Kiste für Level 41. Muss mal eben gucken. Ja, ja. Damit ich noch viel besser wütend werden kann. Äh, Sebastian. Wo ist da? Da. Zwei-Hand-Waffe. Jetzt fragt er mich allen Ernstes, warum wir das aufnehmen. Sag ich ihm jetzt einfach, weil wir geil sind, du Luke, oder? Ah, ne. Vielleicht krieg ich ja mal nen Burger von ihm umsonst. Das wäre allerdings eine passende und adäquate Antwort. Eigentlich schon, ne? Ich kann meinen großen Knüppel benutzen. Oh Gott. Das war schon raus, bevor ich die Sinnlosigkeit dieses... Ich schreib jetzt, weil wir geil sind und Fans haben. Ja. Luke ihn an. Ich will ja auch nur essen von denen. Hm. Argument. Ja, ne? Es ist, dass es da ist, nichts Tolles drauf. Das heißt, der kann weg. Blub. 714 und der macht... 753! Hallo Stefan. Wir sind wieder im Rennen. Du kannst, äh, dich gleich auch nichts zu mir porten. Ich hab hier gefunden, wo das weiter geht. Das war super. Was? Was? Das musste noch ran, das ist mir aufgefallen. Was? Achso. Ja. Ähm. Ich muss da hin. Einmal wütend werden, dann kann ich da durch. Geh da jetzt rein. Hallo? Ja. Jetzt hab ich... Guck mal, ich hab eine tollere Waffe. Die mach jetzt... Prozent. Lutsch. Lifestyle 5%? Das ist doch, wenn ich 1000 Schaden mache. Wie viel? Ja. 50, glaub ich. Ah! Den kann ich gar nicht angreifen. Oh nein! Oh, wir müssen das übrigens, äh, er hat gesagt, wenn's fertig ist, will er den Link haben. Bedeutet, wir müssen ein paar um ihn rum bitte rausschneiden. Nein. Na gut. Oh, bitte. Das ist doch gemein. Ja. Oh Mann, oh. Bist du doch schon drin? Ne. Bin ich schon drin? Du bist schon fertig. Achso. Na. Na. Ich mach das noch ein bisschen ab 18. Hallo, Freunde! Ach, er schon wieder. Gott, lass mich in Ruhe. Nein! Er läuft auf mir hinterher. Ja, ich mach erst mal das kaputt, vor Zorn. Na. Na, ich mach das noch ein bisschen ab 18. Hier, deine Truhen sind jetzt kaputt. Kompliziert, ja. Du nimmst den Stein, nimmst die schwarze Farbe. Fertig, du Drecksack. Oh. Oh, dass du dich immer mit so einem Lachen verabschieden musst, ne? Find ich immer todlustig. Ja, vor allem immer, eigentlich ja noch völlig normal, wie er mit einem spricht und dann so... Ja? Was soll ihr vergetzt denn das? Ihr werdet alle sterben, ey. Ach so, ich bin voll freundlich zu dir und das war voll kompliziert. Blatt. Was? Wenn ich zusammen mal gestehe das Lachen jetzt. Ja, der Part ist aber relativ cool. Oh, er fragt jetzt, ob wir zwei alleine zocken wollen. Wollen wir ihn dazu holen, ein bisschen ärgern? Muss das? Ärgern ist ja fies. Ich bin nicht mehr fies, ich bin der Nette. Und ich bin sauermäßig zornig, weil hier schon wieder eine Kacke vor sich geht. Oh, Kacke, Mann! Gib mir deine Lebenspunkte, Dankeschön. Impslap? Was bringt das denn? Wir 어떤 Tipps von denINGS zu kommen? Und wir können uns im Hebslock inflation cavity. Und wir gehen zur procurement. Vielen Dank.